Im Gespräch mit Oprah Winfrey im Jahr 2021 verrät Megan, dass sie Prinzessin Eugenie kannte, bevor sie mit Harry zusammen war. Eugene und ich kannten uns, bevor ich Harry kannte, also war das bequem, sagte Megan. Wir sind mit ihnen als Paar befreundet. Tatsächlich sind sie durch Markus miteinander verwandt. Im vorherigen Video haben wir klargestellt, dass Eugene gezwungen war, Megan ihren Sohn zu leihen. Die mysteriösen Gründe für ihre Bindung sind ein dunkles Geheimnis. Kürzlich enthüllte eine Quelle, dass Eugene und Megan 2014 beide Gäste bei Bens Kering, einem freiberuflichen Friseur, waren. Ben hatte lustige Abende mit Megan in Soho, nachdem sie sich beim Isha No News Event kennengelernt hatten. Er schlief auch mit Eugene. Sie kennen sich durch Markus. Sie feierten über Nacht zusammen. Die Quelle sagte, dass Andrew und Eugene wie der Vater und der Sohn seien. Während Beatrice ein nettes Mädchen und eine jüngere Schwester ist, ist Eugene ein Pläger. Eugene versteht sich also gut mit Harry. Kein Wunder, dass Eugene sich Megan unterwerfen musste, um ein schmutziges Geheimnis zu verbergen. Das sind tolle Funde. Eugene und Megan verkehrten in denselben Kreisen, Jahre bevor Megan Harry traf. Außerdem hatte Megan auf einigen dieser Fotos sehr glasige Augen. Andrew und Fergie kennen wirklich keine Scham. Warum sollten sie zulassen, dass ihre Tochter sich auf solche Leute einlässt? Es war interessant, dass Eugene in einigen Instagram-Posts dieses Markus-Anderson-Kumpels aus dem Jahr 2014 auftauchte. Megan wusste von der königlichen Familie, obwohl sie vor Harry erklärte, dass sie es nicht wusste. Der Zugang zu ihnen war offensichtlich ein langfristiges Ziel von Anderson und Megan. Ich habe gehört, dass Markus und Megan in 2.0 Jeffrey und Gillian sind. Das ist auch keine Übertreibung. Das Hoho-Haus könnte genauso gut eine von Jeffreys Yachten auf dem Niveau sein, das Megan anstrebte und schließlich erreichte. Es dreht sich alles um die Vernetzung, und es ist immer allgemein bekannt, dass in Großbritannien die Elite sich einfach gegenseitig heiratet und Macht und Geld im Zaum hält. Markus soll ihr denn kennen und ein diskreter Fixierer sein. Ich habe einige Beiträge darüber geschrieben, was meiner Meinung nach sehr starke und dauerhafte Verbindungen zu Weinstein sind, der starke Verbindungen zu Eppstein hatte. Weinstein war jahrelang mit Zoho-Haus und seinen Yachten verbunden. Zoho-Haus ist auch dafür bekannt, dass es was auch immer der Kunde-Will-Ethos hat. Es ist bekannt, dass sie in Bezug auf Liebe, Arbeit und so weiter sehr liberal sind. Es ähnelt Caprianis, einem weiteren Treffpunkt von Weinstein, Eppstein, Maxwell und manchmal auch Marco. Eugene erscheint Mutter und Vater, die beide Freunde und Vertraute waren, immer verdächtiger. Ich bin mir nicht sicher, ob es eine Schwester ist, aber Eugene ist auf jeden Fall die Tochter eines Elternteils. Tiefhängende Früchte in einer Menschenmenge. Eugene war derjenige, der von der Presse völlig gehänselt wurde, weil er im Grunde ein Jahr vor oder nach der Universität auf der ganzen Welt eine Auszeit nahm und im Grunde mit dem Vollzeitsicherheitsdienst des Königs feierte, bevor dieser abgeschafft wurde, und Andrew musste sich für einen privaten Sicherheitsdienst begnügen. Die Firma, die Eugene führt, ist verdächtig. Interviewte sie in dem aktuellen Beitrag über das Neujahrsfest in Jamaika mit C.L.A. Brontmann, NXIVM-Sektenführerin, Brontmann für einen modernen Sklaverei-Podcast über Zuhälterei und Ausbeutung? Eugene sollte Megan und Markus interviewen, damit sie ihre Erkenntnisse zu diesem Thema teilen können.